Mike, ich werde dir nichts tun, okay? Ich will nur eine Sache von dir. Ähm, und was? Du sollst etwas spielen. Äh, und was? Ein Spiel, was um mich geht. Cool, denn ich will endlich auch mal in deinen Videos dabei sein. Okay? Ich will nicht mehr zum Narren gehalten werden. Ist das klar? Hier. Hey, was ist das? Okay, und wie soll ich das jetzt ohne irgendwie eine Konsole oder so spielen? Äh, da! Ah, pass doch mal auf, das ist eine Konsole. Das ist wertvoll. Tch, das soll eine Konsole sein? Als nächstes sagst du bestimmt, dein Handy ist ein Handheld. Ähm, nein, aber... Ja, ja, egal. Ähm, ich spiele es, okay? Lass mich bitte in Ruhe, okay. Das Spiel ist es also. Die Claudio und der Spann-Frau-Schwangkopf-Film. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020